Hi YouTube, grüßt euch. Ich bin heute mal wieder zu Gange auf dem Reiterhof in Schenefeld und zwar in Friedrichshulde. Ja, und den, den ihr so wild seht, auch ihr seht mehr von ihm als von mir, das ist Livingston, der Levi, der Gute. Ist jetzt mittlerweile 17, 17 Jahre alt und ja, und ist ein ganz guter Rentner hier auf dem Hof und abgefilmt wird das Ganze gerade von Silber, der Besitzerin und von mir. Und ja, der Gute hier ist ziemlich verfressen, also er mag nicht nur Möhren und alles andere, er mag auch durchaus mal Menschen so ein bisschen anknappern. Ja, was gibt's, was gibt's, was gibt's für Fragen zu stellen? Ich weiß es nicht. Ihr könnt einfach mal in das Forum dann eure Fragen stellen und ich versuche es euch zu beantworten, sobald der Film oben ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und ich freue mich über einen Daumen hoch. Danke!